Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In New York? Ich soll von dort aus in der Welt umherreisen und nach neuer Kunst Ausschau halten. Wir gehen also nach New York? Ja. Du, du bist keine Rheinwald. Du interessierst dich nicht für die Familie. Ökermädchen. Was mache ich hier eigentlich? Hier riecht es nach schlechtem Essen und die Krankenschwestern sind allesamt hässlich. Hast du die Karte von der Königin gesehen? Was schreibt sie denn? Sie wünscht ihrem Hoflieferanten gute Besserung. Du führst die Bäckerei Rheinwald weiter. Das kann ich nicht. Hast du nicht gesagt, du wärst für mich da? Papa. Wie soll die Bäckerei denn sonst überleben, hä? Ich hab dich lieb. Du hast mich auch lieb, das weiß ich. Ich bin Künstler und du Galeristin. Wir sind auf dem Weg nach New York. Oder? Ich will die Bäckerei nicht übernehmen. Ich wurde nicht mehr gefragt. Wer hat deine schicken Reisen nach Italien finanziert? Wer hat dich unterstützt, als du Kunstgeschichte studiert hast? Das war die Bäckerei. Ist das dein letztes Wort? Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Ich muss ihm doch helfen. Und jetzt Schluss. Er ist mein Vater. Das war's. Ich bin Gott okay. Untertitelung des ZDF, 2020